Hallo ihr Lieben! Da wir nicht nur auf dem Hundeplatz für die BH trainieren, sondern natürlich auch zu Hause, das Fuß und so weiter und so fort, nehme ich euch heute einmal mit zum Trainieren. Das Wichtigste ist, dass man nicht zu lange trainiert. Also 5 bis 10 Minuten sind okay, aber alles was darüber ist, da sollte der Hund schon eine Pause haben und dann kann man natürlich öfter machen. Also lieber kurze Einheiten und dafür öfter als lange. Heute zeige ich euch mal ein bisschen Fußarbeit und das hier bzw. den Vorsitz und ja, ich nehme einfach mal mit. Viel Spaß! Oh! 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 Schien! Ooi! Go! Push! Oh, I do nicht so. Schade! 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 Nein! Schade! Scheiße! Scheiße! Schade! Plats! Plats! Na, 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 plats! Heee! Look at my sheep! Look! I'm gonna die! I'm gonna die! I'm gonna die! Hey! You don't want to be a sheep, don't you? You don't want to be a sheep! I'm gonna die! I'm gonna die! Trist! Oh! Der liegt da! So!